So Leute, ich bin gerade mit dem Hund und ich habe mir überlegt, heute wird echt ein richtig schöner Tag und deswegen kann ich ja auch einfach für euch mit vloggen. Und ja, wie ihr sehen könnt, ich bin gerade draußen, ich gehe gerade mit meinem Hund. Nenne ich euch jetzt auch eben ein. Und ja, wir gehen auf jeden Fall heute aufs Boot mit Kevins Familie, also von meinem Freund und meiner Familie und ich freue mich richtig doll. Ja, mal gucken, wie das wird und heute Abend gehen wir zum Abendmahl, weil es ja Osternzeit und so. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ja, und Frühstück. So Leute, ich habe mich fertig gemacht, Haare gewaschen, zu Ende gefrühstückt und die beiden wollten auch unbedingt mal ein Video, die Mia hat ja auch bei uns übernachtet und ich denke, wir sehen uns dann auf dem Boot wieder, vielleicht auch früher. Aber übrigens, ohne Momento, abonnieren den besten Channel auf YouTube, dann den Daumen nach oben schlagen, bis der blau ist und ein nettes Kommentar da lassen. Bitte, die freut sich dann. Wahre Worte. Let's go nach Amorant. My brother ist auch am Start. Monique sitzt vorne. Das ist toll. Das ist so perfekt. Das ist schon ganz bitter. Wow. 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 Juni. Jetzt erwartet die auf uns drauf. Hier kann man dann so lang gehen und dann kommt man nach hier vorne. Von hier kann man hier runter gehen. Dann ist hier so ein Tisch und hier ist noch ein Raum. Da kann man hier einfach sich hier so raussetzen. Das ist voll cool. Und dann sitzt man hier draußen. Lass gleich mal hier hinsetzen. Ja, das ist voll geil. Und das ist hier so, also da ist das Boot. Wir schwanken. Und hier? Pass auf, hier kannst du einfach drüber fallen. Das ist kein Schutz oder so. Ja, auf jeden Fall. Das ist voll geil, dass man einfach an diesem Zimmer hier so sitzen kann. Voll schön. Knopf drücken? Voll schön. Nein, du drückst auf keinen Knopf. Hier ist das Klo. Hier kann man auf jeden Fall auf dem Klo beobachtet werden. Ja, du kannst das sehen. Ja, aber nicht zu viel. Drehst dann wieder zurück. Das ist hier die Küche und hier halt nochmal so ein Zitzbereich. Ja, ich kann auch. Hier ist nochmal ein Bett. Ja, der Motor. Du zeigst. Da waren wir gerade drin. Und da ist das obere. Ja, voll geil. Das ist voll geil in diesen Dings, wo man da rauskommt. Rauskommt. Ja, das ist echt voll geil. Und manchmal habe ich Angst, dass ich hier runterkomme. Ah, weil das ist so ein dünner Weg. Tschüss. Man kann einfach den Boden aufmachen. Hi. Cool. Wir sind jetzt auf dem Boot. Vor allem haben wir gerade alles so geguckt und so. Habt ihr auch gerade schon gesehen. Gleich los. Das Schiff heißt Sonny. Sind ja gerade hier hinten. Kann man die Leiter da hochklettern? Ja, wenn man das da abmacht. Hallo. Hallo. Wir haben jetzt hier hingesetzt und essen eine Brezel. Da hinten ist schon irgendwie ein Renegestell. Ja. Und hier ist noch so eine Plattform. Wir kommen von dort hier rein. Und von dort kommen wir wieder ein. Und wahrscheinlich schon richtig. Guck. Und hier unten ist auch ein Rass. Da ist noch mal. Guck. 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 Wir haben ein kleines Problemchen. Wer weiß noch nicht, ob wir fahren können mit dem Boot oder nicht. Weil irgendwie der Motor nicht anspringt oder so. Ist ja schon kacke. Weil sonst haben wir uns alles gefreut. Wir haben uns hier schon ausgebreitet, alles hingelegt und so. Ist halt ziemlich schade. Aber müssen wir halt mal gucken. Linda und Judith haben gesagt, wir haben keine Lust, dass es gefährlich ist und so. Dass sie Angst haben. Ja. Judith? Ja. Wir sind mit Schwellen gespielt. Ja. Wir haben nichts mit Schwellen gespielt. Und ich hab Menschen gestoppt. Was? Ey. Sorgerin. Ja. Jetzt wieder ein bisschen. Oh ja. Ganz, ganz gut. Ein bisschen Waffe. Ich denke. Ja. Ich hab's doch. Ja. Geil. Ja. 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 Und da drüben ist der Hafen. Ja. sehr schön hier. Da kommen wir her, wo Mama ist. Dahinter kommen wir her. Wir sind jetzt auf diesem Steg und da hinten ist unser Boot und der Steg, der endet auch da. Und wir gehen jetzt vielleicht schwimmen. Ich weiß es noch nicht. Mein Freund lacht mich aus. Wir waren im Wasser. Mein Bruder war im Wasser und meine Mom und ich und die anderen heute nicht. Oben ist es sehr, 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 sehr kalt. Aber das Wetter ist so schön. Meine Haare sind auch schon. Ich bin trocken. Ich bin vor eine Viertelstunde erst gesprungen. Ich bin schon relativ trocken, vor allem hier vorne. Hallo, Fokus. Bist du da? Da fahren jetzt wieder da, die Arme. Nein. Aber schön, dass mehrere Finger auch auf dich zeigen. Wir parken ein... Also, nennt man das Einparken, ja, oder? Ja, ne? Ich will noch nicht gehen. Das war so richtig schön. Fotoshoot, bang. Bist du heute unbedingt mit dieser Kanone ein Foto haben? Was macht der da? Wir sind vom Boot runter. Und wir werden jetzt wieder nach Hause fahren. Joa. Oh. Und back im Auto. Wir sind jetzt wieder auf der Rückfahrt. Wir sind gerade vom Boot gekommen. Und fahren jetzt nach Hause. Leute, ich muss euch was sagen. Und zwar... Ich hatte Glück, dass es so, weil wir jetzt rauskriegen. Also heute sind so ein Hotel. Ja. Ich freue mich, dass wir gerade in Luft rauskommen. Und zwar nicht da. Weil ich dann noch einmal da. Und zwar mal in der Kristine. Also, ich mache noch mal. Also, ich mache noch mal. Ei, ich mache noch mal. Es ist so, wie genau. Und dann ... Also, ich mache mich mal. Ich mache mich, oder? Ja. Dann, ich mache mich noch mal. Wie mein Hund einfach im Gras verschwindet. Danke für diese Ignoranz, danke für diese Ignoranz. Du bist blöd, du bist so blöd. Wieder zu Hause und jetzt wird sich fertig gemacht. Ihr werdet gleich sehen, wie ich aussehe, nachdem ich mich fertig gemacht habe für das Abendmahl. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns, wenn ich mich fertig gemacht habe. Mein Outfit, dieses lange Kleid hier, dann diese Jacke und diese schöne Kette von meiner Uwe Oma. Das war's. Der wunderschöne Tagsverendegang. Ich sehe gerade, ich habe voll Sonnenbrand. Also, das sieht man voll krass in diesem Licht. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat der Vlog gefallen. Es ist zwar nicht so viel passiv, weil wir nur auf dem Board waren, aber es war richtig schön, fand ich. Und ich habe den Tag sehr genossen. Und ich hoffe, ihr habt das Video genossen. Und smash den Like-Button und hinterlasst mir gerne ein Abo. Das würde mich sehr freuen, kommentiert, was ihr von dem Video haltet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video hoffentlich. Tschüss!